Willkommen zum Frequent Traveller Weekend Update Woche 5. In dieser Woche sind einige Dinge passiert und das werde ich euch in diesem Video erzählen, was passiert ist aus der Welt der Meilenpunkte und des Status. Deshalb direkt einige Informationen wie zum Beispiel die bunte Nachrichtenlage diese Woche aussieht. Es werden Länder auf besondere Listen gesetzt und erfordern so eine Quarantäne, die ohne vorzeitiges Freitesten dann möglich ist zu verlassen. Verbindungen sind eingestellt worden oder werden aufgrund von staatlichen Forderungen eingestellt. Beispiel wäre dann England oder Südafrika in Deutschland mit besonderer Vorsicht zu genießen. Dänemark hat Dubai eingestellt, also quasi auch verboten. Aber die Zeiten sind halt wirklich nicht einfacher geworden. Die FFP2-Masken oder die OP-Masken werden wirklich der neue Maßstab. Auch Flugzeuge verlassen die Flotte für immer. Die Lufthansa schickt die 340-600 alle in Rente. Die 380er gehen jetzt nach Tarps in einem Flugzeugfriedhof. Lufthansa wollte ihre 14 A380 auf sieben oder acht reduzieren. Jetzt sieht es so aus, als ob diese ja gar nicht mehr wiederkommen. Alle Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes unten und die Links dazu. Und in der heutigen Ausgabe sind auch folgende Themen unter anderem Economy Service bei der Lufthansa. Es wird weiter reduziert. Alitalia muss sich umbenennen. Viele Programme verlängern den Status, ohne dass man was tun muss. Und die Lufthansa hat wieder einen First Class Sale. Das ist der Deal der Woche. Ja, das erste Thema ist direkt, wie Lufthansa damit umgeht mit dem Service. Das heißt also, Economy Service bei der Lufthansa wird weiter reduziert. In der Krise haben jetzt wirklich viele Fluggesellschaften auch den Service umgestellt. Die Lufthansa war relativ normal unterwegs, wenn man von normal sprechen kann. Airlines wie British Airways und ja auch die türkische Airlines, die ja für ihr Essen berühmt berüchtigt ist, haben es aufs Nötigste zusammengestrichen. Und die Lufthansa hat im Verhältnis dazu wirklich noch ja ein Service geliefert. Aber die Lufthansa will diesen Service nun deutlich reduzieren, um nicht zu sagen, zusammenzustreichen. Und besonders deutlich wird es ab Anfang Februar in der Economy Class werden, weil alle Kurzstrecken bis vier Stunden, die werden davon betroffen sein. Und auch auf der Business Class, der Langstrecke wird es, ja, es wird da deutliche Anpassungen geben. Der Grund für den Serviceausfall, hätte ich fast gesagt, ist, dass man jetzt mit der zweiten Corona-Welle reagiert. Aber so wie ich auch gehört habe und da keiner hinweist, kommt alle zu dem Clubhouse-Chat. Da hatten wir mit Crew einen sehr, sehr interessanten Austausch. Und die haben gesagt, es kam von der Crew aus, weil man möchte wirklich die Kontaktpunkte zwischen den Viehfliegern und den Crews reduzieren. Und ganz einfach auch deshalb, weil viele Passagiere, ja, die nehmen die Maske ab. Und damit soll das dann halt reduziert werden, dass die Crew mit denen in Kontakt kommt. Und wie sieht das Service jetzt aus in der Economy Class, wenn er, ja, gekürzt wird bis zu einem Punkt, der ja fast schon eigentlich auf keinen Service mehr ist. Da kann man dann einfach mal sich darauf vorbereiten, dass auf einem Flug bis 65 Minuten eine Flasche Wasser gibt. Dann gibt es bei Flugzeiten zwischen 65 und 120 Minuten Wasser, Tee, Kaffee und einen kleinen Snack. Und ab 120 Minuten, da soll es das komplette volle Angebot an Getränken geben und Sandwich, Wrap und Kuchen. Jetzt gehen wir zur Langstrecke. Also weitgehend wie vor der Corona-Zeit war es so, dass man, bis auf einige Ausnahmen, Dubai hat ja zum Beispiel diese Box gehabt, gab es ein warmes Essen jetzt oder soll es geben, ein warmes Essen ohne Auswahl. Und das ist halt etwas, was eine Service-Reduzierung ist, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Oder schreibt unten gerne rein, was ihr davon haltet. Hoffentlich ist das Essen auch das, was ich mag. Ja, dass das nur noch eine Flasche Wasser gibt, das ist vielleicht schon ein Vorgeschmack auf Buy on Board, wobei es da auch nichts gibt, was dabei Buy on Board im Moment gekauft werden kann. Und wirklich der Grund dafür ist, weil die Crew halt wirklich da die Reduzierung der Kontakte haben möchte. Und Lufthansa hat halt darauf reagiert. Deshalb denke ich mal, sollten wir auf keinen Fall jemandem böse sein, denn es ist wirklich zu unserer aller Schutz. Auch soll es auf der Langstrecke dann nur noch zwei Getränkerunden geben. Es wird auch nicht mehr diese offenen Trays geben, die gab es ja auch im Moment nicht mehr. Es wird auch auf den zweiten Wagen verzichtet mit Tee und so weiter. Also insofern werden da einige liebgewonnene Rituale wegfallen. Aber ich glaube nicht, dass wenn man brav fragt, dass man dann nicht eine zweite Wasserflasche bekommen sollte. Also wie gesagt, wirklich nur eine Reduzierung der Kontaktpunkte. Und damit müssen wir uns halt wirklich auseinandersetzen. Ich hoffe, dass es eine Änderung ist, die zeitweise nur gilt und nicht dann dazu genutzt wird, dass sie auch auf der Langstrecke permanent wird. Das wäre gerade schade in meinen Augen. Aber schauen wir mal und wie immer im richtigen Leben schauen wir einfach mal, wie das ist auf den Flügen. Ja, dann haben wir noch News aus Italien. Die Alitalia, die ja nie aus den Schlagzeilen rauskommt, ist ja eine Fluggesellschaft, die ja eigentlich kein Geschäftsmodell hat. Ich sage das immer wieder, weil ja, es ist so ein Billigmarkt und Alitalia hat ja immer gestraulen. Die haben ja nie Gewinn gemacht, haben ja auch den Verkauf an die Lufthansa abgeblasen. Rom hat gesagt, dass man jetzt wirklich die Firma selber machen will. Hat den Namen auch irgendwie geändert in Italia, Transporto, Aero oder sowas, also ITA und hat damit dann gesagt, damit machen wir jetzt die Alitalia. Und man hat da dann gesagt, wir brauchen die Flugzeuge nicht umlackieren. Alles Taco, alles sieht aus wie immer. Oder wie der Italiener sagt, tutto bene. Aber da haben die EU-Kommersiare gesagt, nee, wenn das eine neue Bude ist, dann darf der Name Alitalia nicht mehr benutzt werden. Weil so eine, ja, so eine lieblose Umfirmierung einen nicht vor Schulden schützen soll. Da muss schon mehr abgekratzt werden und der Name muss weg und da muss was Neues hinkommen. Und die wollen aus Brüssel natürlich einen richtigen Neustart haben, weil wenn man drei Milliarden Euro etwas pumpt und die sollen ja auch wahrscheinlich nicht zurückgezahlt werden, dann müssen sie da schon wirklich einen Neuanfang machen, damit das da keine Markt- oder Wettbewerbsverzerrung gibt. Ja, wie ist denn eure Idee dazu? Was denkt ihr dazu? Weil das ist ja schon ein Markenname und auch das Mille-Mille-Produkt als Meilen-Programm, das kennen wir doch schon sehr oft, weil sie viele Statusmatche hatten. Ich selber habe keinen durchgeführt, habt ihr einen gemacht. Also das sind so Sachen, die man da beachten muss. Und vor allem, wenn der Name sich nicht ändert, dann denkt man, das ist diese gleiche Bude und so weiter. Aber sie können halt nicht hu und hot sagen. Und ja, wie sollen sie dann heißen? ITA? Ich weiß es nicht. Aber ab 2022 meint man mit einer Flotte von 52 Maschinen 61 Strecken ab Rom und 5500 Beschäftigten Gewinn zu machen. Also Rom und Linate sollen da die Kreuze werden. 2021 wollen sie halt schon 8,2 Millionen Passagiere wieder befördern. Und damit wären sie dann in 2022 eine Gewinnschwelle. Aber Gewinne haben die auch schon seit 2002 oder so nicht mehr irgendwie gemacht. Also insofern, ja, also die Milliarden, die sind da richtig verbrannt worden. Also richtige Entscheidung in meinen Augen. Wenn ihr eine andere Meinung habt, lasst es mich gerne wissen. Dann haben wir nochmal schlechte News aus China oder Hongkong. Um ganz genau zu sein, Hainan Airlines oder Hongkong Airlines ist pleite. Das Konglomat HNA Group, das sich wirklich in einem Kaufrausch befunden hat, ist bankrott. Wir haben 500 Milliarden Yuan, hört sich mehr an als 64 Milliarden Euro, ich weiß, Schulden zusammenge, ja, wie soll man sagen, zusammengekauft oder erflogen. Und ja, das ist dann jetzt wohl Schluss mit lustig. Auch wenn die Parteien Gespräche geführt haben, um die Kontrolle über die Fluggesellschaft zu behalten und da weiterzuführen. Aber die HNA Group, also die Muttergesellschaft, die 93, diese Stiftung, die das übernommen hat, weg. Dann gibt es noch eine Fluggesellschaft, die sich verabschiedet hat. Aber da ist es nicht ganz so traurig. Das ist Silk Air. Warum? Ganz einfach, weil Singapore Airlines hat die Silk Air ja als Low-Cost-Alternative durch die Welt fliegen lassen. Und die sind seit dem 28. Januar von der Bitfresh verbunden, aber zugunsten der Singapur Airlines. Denn seit 30 Jahren ist die Silk Air ein regionaler Flügel von Singapur Airlines, der 40 Ziele im asiatisch-pazifischen Raum abgedeckt hat. Und ja, sie waren sehr zuverlässig und haben da auch wirklich für Spaß gesorgt. Aber für uns, die wir, ja, Loyalitätsfetischisten sind, war es halt keine Starlines-Airline. Ist so ähnlich wie bei Lufthansa und Eurowings. Du kommst halt von der Langstränge, gehst weiter mit Eurowings. Popofassen gab keine Benefits und genauso war es hier auch. Deshalb ist für uns dieser Neustart ab dem 28. Januar eine sehr, sehr gute Geschichte, weil diese Integration in die Singapur Airlines uns, ja, das Erlebnis wirklich verbessert. Warum? Weil die Flugzeuge werden umlackiert. Die bekommen auch die neuen Sitze mit der SIA, also Singapur Airlines Brandings. Und dann gibt es auch die Mahlzeiten, die Starlines-Benefits, Punkte, Meilen und so weiter. Book the Cook kann man machen in der Business Class und das ist dann doch wirklich eine geile Geschichte. Und wenn man halt wirklich nochmal darauf rumreitet am Ende des Tages, es ist wirklich für uns als Vielflieger eine Verbesserung, weil Singapur Airlines damit, ja, Silk Air durch die Hintertür zum Vollmitgliedschaft zwingt und durch diese rationalisierten und die gemeinsame Corporate Identity ist halt die Silk Air nicht mehr so ein, ich nenne es jetzt einfach mal Absesk, den man einfach so macht, sondern wir haben wirklich die Vorteile. Dann aus der Hotellerie für euch nochmal ein Hinweis. Alle, die den Diamond-Status hatten oder sogar einen Lifetime-Status bei Hilton haben, können ja den Status verschenken bis zum 31.01., also wenige Tage Zeit. Und vergesst das nicht, weil wenn ihr ja den Diamond-Status habt, könnt ihr jetzt ausnahmsweise, egal wie viele Nächte ihr verbracht habt bei Hilton im letzten Jahr, einen Gold-Status für 365 Tage weggeben. Und wer einen Diamond-Lifetime-Status hat, der kann sogar den Diamond-Status verschenken, egal wie er den Status erworben hat. Eine coole Geschichte nach der anderen, wenn es um Status geht bei anderen Fluggesellschaften. Qatar Airways Privilege Club hat die Memberships wieder extended bis zum 31. Dezember, heißt also, ich bin wieder länger Platinum. Und Emirates Skyboards hat es auch gemacht, die haben sogar nochmal um zwölf Monate verlängert. Das heißt also, jeder, der jetzt zur Erneuerung ansteht, kriegt dann nochmal zwölf Monate drauf. Das geht halt sukzessive nach Monaten. Auch Casa Pacific hat weiter um zwölf Monate erweitert. Und das sind doch mal gute Nachrichten, dass da jetzt in Anbetracht der Covid-Situation, dass man den Status da verlängert, weil man kann wirklich nicht fliegen. Es ist sehr, sehr schwierig, diesen Status zu erhalten oder erneuern oder aber auch beizubringen. Und die Fluggesellschaften haben natürlich ein riesen Problem, weil sie haben Angst davor, dass ihnen die Mitglieder weglaufen, wenn der Status weg ist. Würde ich natürlich persönlich auch so machen, wenn ich da keine Liebe bekomme. Und da sind wir auch direkt bei der Lufthansa. Also da ist es ja in der Tat auch das passiert, dass man die Statusverlängerung um ein Jahr gemacht hat. Für alle, wo der Status ausläuft am 28. Februar 2021. Da wird der Status verlängert. Für die anderen gibt es im Moment noch keine Lösung. Müssen wir einfach mal schauen, weil spannenderweise ist es ja jetzt so, dass die, die den Status ja verlängert bekommen haben bis Februar 2022, die haben ja dann auch dasselbe Ablaufdatum wie viele, die den Status auch bis 2022 auslaufen haben. Deshalb wird es spannend, was da passiert, ob die das nochmal verlängert kriegen, dass also die erste Gruppe zwei Jahre bekommt, die zweite Gruppe vielleicht nur ein Jahr. Also insofern müssen wir einfach mal abwarten, was das Jahr bringt. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn Lufthansa da alle gleich behandelt und warum sie nicht einfach zwei Jahre bei beiden machen und dann Ende aus Mickey Mouse. Also wäre toll. Also ihr könnt ja auch nochmal zur Lufthansa eure Meinung unten reinschreiben oder auch auf den Clubhouse Talk kommen. Ich habe unten die Social Links reingemacht. Ihr könnt mich auch auf WhatsApp kontaktieren. Ihr habt so viele Möglichkeiten. Ich freue mich, wenn ich auf euch eingehen kann. Und ihr seht ja, ich antworte immer auf eure Kommentare auf YouTube. Jetzt den Deal der Woche und das ist in meinen Augen etwas, womit ich nicht gerechnet habe, dass es so schnell kommt. Ich habe damit gerechnet, dass es wiederkommt. Aber das sind die Swiss und Lufthansa First Class Partner Angebote und die Business Class Partner Angebote. Da gibt es Distinationen in Asien, in Afrika, Südamerika mit 1350 Euro. Nördlich fängt das an. Und diese Sales sind halt wirklich ein Special Up Skandinavien und das ist rekordverdächtig. Bangkok, Shanghai, da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten. Wichtig, dass ihr wisst, die First Class bucht in die A-Klasse. Es gibt 300 Prozent. Wenn ihr Business Class bucht, dann ist es PP. Paula gibt leider nur 100 Prozent. Also das heißt, ihr habt da dann ein Echo. Aber hey, bei dem Preis würde ich gar nicht lange diskutieren. Ziele sind weltweit, die gehe ich gleich noch mal ein. Abflug ist Stockholm zum Beispiel, Oslo, Kopenhagen, Helsinki, um nur eine zu nennen. Reisezeitraum ist bis zum 10. Dezember 2021. Mindestaufenthalt sechs Tage oder die Nacht von Samstag auf Sonntag. Maximal zum Beispiel drei Monate in Helsinki, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber Verfügbarkeiten sind, genau wie beim letzten Mal schon, relativ überschaubar gewesen. Ich gebe euch mal ein paar Preise. Dubai gibt es so ab 1600 Euro. Delhi ab 1800, genau wie Mumbai. Bangkok knapp 1900, etwas drüber. Nairobi auch. Shanghai auch. Alles so in dem Bereich 1900, 2000. Wichtig ist ab Stockholm, Entschuldigung, ab Oslo, ab Stockholm, Helsinki oder so weiter. Können die Preise natürlich etwas variieren. Mal 100 Euro hoch, runter und so weiter. Peking 2000 Euro. Cape Town 2,2. Hongkong 2,2. Johannesburg 2,2. Rio ist auch 2200. Sao Paulo, Singapur auch 2000. Bokotá, Buenos Aires mit 2400. Und Seoul relativ teuer. Nagoya mit 2,8. Osaka auch 2008 und Tokio 2008. Aber denkt dran, die haben olympische Spiele. Noch sind sie nicht abgesagt. Also insofern können wir davon ausgehen, dass sie stattfinden. Ich finde es selber einen richtig geilen Deal. Bis zum 14. Februar müsst ihr euch dafür entscheiden. Also schaut, dass ihr da euch positioniert mit eurem Flug. Wenn ihr fliegen wollt, gespannt wird es, wenn der Flug nicht stattfindet. Da muss man dann schauen. Ja, da bin ich auch schon wieder am Ende heute mit dem Frequent Traveller Weekend Update in der heutigen Ausgabe. Schreibt mir doch einfach unten in die Kommentarspalte rein, was ihr von der Ausgabe gehalten habt, was ihr denkt oder ob ihr sagt, hey da Lars, du hast ein Thema verpasst. Ich kann euch sagen, natürlich, da gab es auch andere Themen. Aber das waren für mich die wichtigsten Themen, die mich bewegt haben. Deshalb danke, dass ihr wieder dabei wart beim Frequent Traveller TV. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Kommentar da zu lassen. Danke und